Sucht sie und rettet sie. Mit dieser Forderung ziehen Angehörige der Besatzung des verschollenen U-Boot San Juan durch die Straßen der argentinischen Hafenstadt Mar del Plata. Sie sind verzweifelt und sie sind wütend, nachdem die Suche nach Überlebenden offiziell eingestellt wurde. Wir tun das für unsere Helden. Wir wollen, dass die Suche fortgesetzt wird. Ihr habt sie uns genommen, also bringt sie uns auch wieder zurück. Die argentinische Marine hatte die 44 Besatzungsmitglieder am Donnerstag de facto für tot erklärt. Sie versucht aber weiterhin, das U-Boot zu finden, um aufzuklären, was an Bord passiert ist. Zuletzt hatte sich ein Hinweis auf den Verbleib des Unterseeboots als falsch herausgestellt. Beim letzten Funkkontakt am 15. November meldete der Kapitän der San Juan einen Kurzschluss und einen Schweelbrand. Es wird vermutet, dass es danach zu einer Explosion an Bord kam. Das war's für heute. 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 Vielen Dank.